So Leute, es ist soweit. Ich habe gedacht, ich lasse das Video bis 0 Uhr noch diesen Samstag, um es dann zu veröffentlichen, wenn sowieso alle auf mich warten. Aber ich habe die Schnauze voll. Ich habe keinen Bock mehr, diese blöden Kommentare durchzulesen. Beleidigungen und so ein Dünnschiss da. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache meinen Kanal zu. Eine Woche gebe ich noch allen, dass sie dann das Video gesehen haben. Weil einfach so löschen ist auch doof und keiner weiß Bescheid. Das bin ich euch schuldig, wenigstens zu sagen. Jo, alles klar. Ne, ich tue mir das nicht mehr an. Schnauze voll, auch das Schneiden macht auch keinen Bock mehr da. Immer und immer dasselbe. Irgendwo wiederholt sich ja auch der ganze Kram und wegkommen. Schnauze voll. Ich danke euch fürs Zusehen bis dahin. Ich weiß, dass einige von euch jetzt hier am Schrumpfschimpfen und rummeckern, sind, aber letzten Endes bin ich nicht euer Sklave, wollte ich auch nicht sein. Deswegen habe ich mich auch nie zu irgendeinem Netzwerk bekannt oder so oder mich dahin gedingenst, weil da gehst du dann Verträge ein. Das wollte ich nicht. Ich wollte jederzeit kündigen können, jederzeit kündigen können, jederzeit die Brocken hinschmeißen können. Das habe ich jetzt. Und von daher... Ach, ich will mal wieder ein bisschen mehr Zeit für mich selber haben. Nicht mehr diesen Stress samstags im Video rausbringen und so. Tja, ich danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Tschüss. Ihr braucht übrigens keinen Daumen hochsetzen. Ja. Tschüss. Guckt mal ganz genau in die Videobeschreibung. D Penis. D Penis. Jawohl. Vielen Dank.